Okay, wenn du keinen Lehrer hast, ich habe keinen Lehrer, was mache ich dann, ist die Frage. Das geht auch. Da kannst du zum Beispiel so einen Fernlehrer wie mich hier nehmen, aber guck dann eben, das ist nämlich die Lösung. Dann musst du mehr lesen und eben sehr viel versuchen, objektiv selbst zu reflektieren. Und das Beste ist eben auf diesem Wege das RAIN-Prinzip, findest du auch in der Playlist. Ich kann das dann nachher verlinken oder guck selber, ist RAIN von Tara Brack. Das ist nicht von Tara Brack, sondern ursprünglich hat das mal auch so ein Theravada-Mönch quasi aus den vier edlen Wahrheiten abgeleitet. Es ist aber ein ziemlich gutes Prinzip, um relativ objektiv mit seinen Selbsterfahrungen umzugehen. Also einmal das als Prinzip anzuwenden und bereit zu sein, immer mehr über seine eigenen Erfahrungen zu lernen. Und dummerweise sich eben nicht von solchen Vorstellungsgeschichten treiben zu lassen. Also immer häufiger mitzukriegen, wow, das ist hier jetzt eine Geschichte, der ich folge. Hier sind vielleicht sogar bildliche Vorstellungen, denen ich folge. Darüber sich immer klarer zu werden, insbesondere beim stillen Sitzen. Lernen. Also ich die ursprüngliche Sache findest du auf der Internetseite von mir, also dass man wenigstens mal so ein paar Grunddinger gelesen hat. Also die steht auf der Internetseite. Also so drei Bücher mal lesen, damit man mal so in diesem Bereich überhaupt erstmal Fuß gefasst hat. Ich habe dann zum Beispiel die Sutta Pitaka komplett durchgelesen, weil ich herausgefunden hatte dann, dass das halt die ursprünglichsten uns erhaltenen Schriften von dem Buddha sind. Und wenn das stimmt, das ist ziemlich viel zu lesen, auch manchen Stellenweise extrem langweilig, weil das alles dreimal wiederholt wird und so. Aber das führt dann dazu, dass man dem, was der wohl gemeint hat, ziemlich nahe kommt. Und wenn man dann liest, dann sieht man auch, dass alle Patriarchen und andere Leute, die haben eben in den, über die letzten 2000 Jahre, sind die dann eben in Klöster gegangen, in buddhistische Klöster und haben eben da in den Bibliotheken genau das durchgelesen und ähnliche Geschichten tauchen dann bei denen, die dann als Einzelmeister gelten, die rezitieren dann quasi das, was in der Sutta Pitaka schon stand. Also eben auf ihre Art und Weise und das ist auch okay. Sodass man, und auch von Historikern ist das belegt, dass sie sehr gut erhalten ist. Also insbesondere, wenn man weiß, wie so historische Texte eben dann doch sich verändern, ist das extrem gut erhalten. So viel dazu. Also selber, dann selber den Weg gehen. Aber das erfordert viel, viel, wirklich Selbststudium neben diesem eigenen Sitzen. Und ich bin der Meinung heutzutage, auch nicht ohne ein bisschen Grundwissen in Psychologie, Soziologie und Neurowissenschaften. Insbesondere, weil Neurowissenschaften und Psychologie hat viel aus dem Buddhismus genommen, weil er viel gut beschrieben ist, an Grundregeln, wie so ein Mensch funktioniert, mit Denken und Fühlen und dann bestätigt wurde. Und außerdem ist ja die Flut an veröffentlichten Papieren insbesondere auf diesen Aspekt, weil es gab aus der Robotik enorm viel, aus diesem AI-Wissenschaftsbereich, bevor der eben losgelegt hat, gibt es das schon seit 10, 15 Jahren, dass da exponentiell viel geforscht wurde, weil es da exponentiell viel Geld für gab. Also da sind viele Neuerungen, auch die sogar Fachleute sich jetzt erst noch anlesen müssen. Also da hast du einen Haufen Zeug. Haufen Zeug. Aber ich sage das nicht als Abschreckung, sondern das kann durchaus ein Weg sein. Aber verrenn dich dann nicht darin, anderen Leuten zu, also andere Lehrer anzugehen und zu sagen, der erzählt was Falsches und so, weil das ist Schwachsinn. Dann bist du dein eigener Lehrer und dann hast du mit dir selber genug zu tun, dann würde ich mich nicht an anderen abreiben. Weil es kostet so viel Energie. Also einfach versuchen dann halt nach wissenschaftlichen Methoden über dich anhand von Literatur zu lernen. Das ist sowieso der beste Weg. Das ist wirklich der beste Weg eigentlich. Weil ein anderer Mensch bist nicht du. Je mehr das über so einen großen Rahmen bei dir selber stattfindet, super. Trotzdem ab und zu mal mit anderen zusammen zu sitzen und sich von anderen Leuten anzuhören, was die so auf ihrem Weg so erzählen, ist auch manchmal hilfreich. Aber mit Gelassenheit. Oder du suchst dir eben einen Lehrer oder eine Lehrerin. Gerade du bist aus Berlin. Mensch, Berlin ist so groß. Selbst hier in Berlin gibt es verschiedenste buddhistische Tempel. Es gibt indische Tempel und so. Es gibt Fachleute. Es gibt in Kreuzberg zum Beispiel ist ein Zen-Meister, der vorher Priester, katholischer Priester war. Also es gibt viele, viele Leute, wo man auch mal reinschnüffeln könnte, wenn das dir am Herzen liegt, um zu sehen, ob das vielleicht jemand ist, dem du gerne folgen magst. Kann das sein. Nee, ein Tai-Chi-Meister wegen des Sitzens nicht. Die sind nicht dafür geeignet. Ja, was dir am besten gefällt. Also stilles Sitzen ist eigentlich so die Hauptrichtung. Zazen. Zen-Meditation hat da die längste Tradition drin. Oh, Theravada-Mönche. Die sind auch sehr trocken. Aber in erster Linie halt alle Traditionen, die halt stilles Sitzen praktizieren. Und wie gesagt, es gibt eben sogar Jesuiten, die die stilles Sitzen machen, auch eben Zazen. Es gibt Physiker, die stilles Sitzen machen, alles Mögliche. Früher war es eben so, dass die richtigen Meister rennen nicht rum und machen irgendwie mit Plakaten Vorträge. Und sagen, komm zu mir und hier könnt ihr bezahlen. Nein, also ein richtiger Meister oder auch ein richtiger Schamane. Also da bin ich schon ein bisschen zu, obwohl ich dann, ich habe ja gar keine viele Follower. Daran kann man das auch sehen. Also je weniger Follower, umso näher an der Realität. Also je mehr ist das ein Mensch auf dem richtigen Weg. Und du suchst dir eben die Leute aus, die deiner Meinung nach dir helfen. Also das könnte auch ich sein. Man müsste das aber eben wirklich explizit sagen. Und dann müssten wir da was finden, wie wir das machen. Also mein Weg wäre eben eher sowas, dass ich mir eine einzelne Person aussuche. Und so ist das eigentlich auch. Man begibt sich auf die Suche und findet dann eben jemanden, der einem dazu sagt. Man merkt das ja Kopf, Herz und Hand. Dass man sagt, ja, das tut mir gut. Und es hilft mir, wenn ich diesem oder dieser, es gibt viele weibliche Meisterinnen, die sind auch sehr gut. Also das ist wirklich herzens- und verstand- und handmäßig abhängig. Manche Leute mögen es eben mehr populär und eine große Anhängerschaft und manche möchten eben sehr persönlich Einzelnen nur folgen. Das ist nicht einfach, einen Meister zu finden, der zu einem passt. Wie gesagt, diese Selbstreflexion mit sehr viel eigener Recherche, das ist eben auch ein Weg. Aber das merkt man ja, ob das für einen selber der Weg ist oder ob man eher jemand ist, der lieber mit einem Meister oder einer Meisterin erstmal unterwegs ist. Meine Antwort dazu, was für einen, einer der zu dir passt, der auf deinem Weg jetzt passt. Okay, dann war es das aber für heute. Okay, dann war es das aber für heute.